Das Foto hat rot geblitzte Augen. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie rot geblitzte Augen mit dem Gratis-Programm GIMP ganz einfach korrigieren. Ich zeige Ihnen die Technik zunächst im Schnelldurchgang. Anschließend folgen ein paar vertiefende Tipps und Tricks. Mein Name ist Heiko Neumeyer. Also, schalten Sie hier links im GIMP-Werkzeugkasten zur Vergrößerungslupe. Dann rahmen Sie ein Auge ein. Dieses Auge erscheint nun sehr groß, die rot geblitzte Pupille wird sehr deutlich. Schalten Sie jetzt im Werkzeugkasten links oben zu diesem Werkzeug, elliptische Auswahl, also Kreisauswahl, und rahmen Sie die rot geblitzte Pupille ein. So verfeinern Sie den Auswahlumriss noch. Durch Ziehen innen in der Auswahl bewegen Sie den Umriss an die optimale Position. Ziehen Sie den Umriss an den Eckanfassern in die richtige Größe. Zeigen Sie jetzt das andere Auge an. Dann klicken Sie hier links in den Werkzeugeinstellungen auf die zweite Schaltfläche zur aktuellen Auswahl hinzufügen. Dann rahme ich die zweite Pupille ein. Verfeinern Sie die Auswahl noch wie bekannt. Jetzt wählen Sie Filter, Verbessern, Rote Augen entfernen. Meist sollten Sie hier einen Schwellenwert zwischen 50 und 100 einstellen. Sie erkennen die Veränderung zunächst nur in der kleinen Vorschau im Filterdialog. Aber klicken Sie auf OK. Jetzt sehen Sie die korrigierten Pupillen auch direkt im großen Bild im Programmfenster. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Dann wählen Sie noch Auswahl nichts, um die vorhandene Auswahl aufzuheben. Jetzt kennen Sie das Verfahren im Prinzip schon. Ich setze das Bild noch einmal ganz zurück. Und hier kommen noch ein paar Tipps. Bei frontal fotografierten Porträts erscheint die Pupille exakt kreisförmig. Erzeugen Sie dann auch eine exakt kreisförmige Auswahl, also keine irgendwie ovale Auswahl. Dazu schalten Sie hier links in den Werkzeugeinstellungen die Option Fest ein. Sie verwenden im Klappmenü daneben Seitenverhältnis und geben 1 zu 1 an. Jetzt kann ich eine exakt runde Auswahl aufziehen. Erscheint ein harter Rand zwischen der korrigierten Pupille und der Iris drumherum, dann zoffen Sie den Auswahlübergang ab, bevor Sie den Filterbefehl anwenden. Das erledigt der Befehl Auswahl ausblenden. Testen Sie zum Beispiel den Wert 8 Pixel. Wollen Sie den Auswahlumriss nur verbergen, aber die Auswahl noch beibehalten? Dann wählen Sie Auswahl anzeigen. Sie können die Auswahl auch dauerhaft sichern und wieder aufrufen. Hier ist der Befehl Auswahl in Kanal speichern. Dieser GIMP-Werkzeugkasten hier links oben wirkt reichlich unübersichtlich. Rufen Sie Werkzeuge wie die elliptische Auswahl darum wahlweise auch anders auf, zum Beispiel so. Öffnen Sie das Untermenü Werkzeuge, Auswahlwerkzeuge und wählen Sie hier die elliptische Auswahl an. Und noch ein anderer Weg zu den Werkzeugen. Schalten Sie die Werkzeuge einfach mit Ihrer Tastatur ein. Jetzt wechsle ich zum Beispiel zur elliptischen Auswahl, dazu drücke ich auf meiner Tastatur einfach die Taste E. Nun schalte ich zur Vergrößerungslupe um und ich drücke einfach das Z. Immer wieder brauchen Sie dieses Bedienfeld hier links unten mit den Werkzeugeinstellungen. Oder falls Sie es noch nicht sehen, klicken Sie im Werkzeugkasten doppelt auf das gewünschte Werkzeug. Oder wählen Sie Fenster, Andockbare Dialoge, Werkzeugeinstellungen. So entfernt GIMP also rot geblitzte Augen. Genauso schnell wie komfortabel.